In der heutigen VUCA-Welt ist die Art und Weise, wie Organisationen reagieren, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, eine entscheidende Frage. Viele Unternehmen haben agile Transformationen erfolgreich umgesetzt, was sie zu einem aufstrebenden Forschungsfeld macht. Die weit verbreitete Anwendung der agilen Transformation in verschiedenen Sektoren hat jedoch zu einem umfangreichen und komplexen Forschungsgebiet geführt. My thesis did a comprehensive content analysis of agile Transformation literature published from 1994 to 2022, covering 12.559 Artikel. This innovatively sees the development trajectory of this domain, ranking important authors, journals, and articles, using advanced data analysis methods, including my custom-written algorithms. I believe my thesis serves as valuable resources for anyone who seeks to understand the current state of agile transformation research. This includes students, agile practitioners, also management personnel in companies who seek to drive change. From this perspective, it also promotes the agile practice. I am currently pursuing a PhD at Technische Hochschule Deggendorf. Die Zeitung ist okay? Die Zeitung ist okay? Ich glaube, es Ultima ist sicher gewesen. Das質ierte ein paar Punkte zu einem langs. Bis zum nächsten Mal.